Willkommen zurück, meine lieben lumpig Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, heute nochmal eine Folge der Minecraft-Witze mit dem lieben Minimi-Checker aka Moritz. Moin o Leute! Und da ihr letztes Mal den Like-Button so heftig blau gedrückt habt, machen wir das heute nochmal. Also schreibt auf jeden Fall nochmal Kommentare mit Witzen, damit wir das vielleicht nochmal machen. Und ja, Prinzip ist, wer runterfällt oder stirbt, muss halt einen raushauen. Moritz ist jetzt gerade gestorben, deswegen fang einfach mal an. Okay, Digga. Lumpi, also ich sag zu dir, kennst du einen neuen Fahrrad-Witz? Nein. Lumpi, nee sag mal, ich so, den verrate ich nicht. Oh Gott, Alter, ist der schlecht. Ich fand den gut, ich fand den schon, da hab ich schon ein bisschen geschmutzig mit den Geln gelesen. Jürgen, der ist absolut schlecht. Nein, Mann. Ich schwöre dir. Nee, das ist eine reine Interpretationsfrage, Digga. Kann ich dir vielleicht mal erklären, vielleicht hast du den verstanden. Ich hab den verstanden. Genau deswegen sag ich halt. Eher war der hinten, baut auch irgendwelche, keine Ahnung, Phantombilder oder so. Nein. Geh. Warum wäre Paulshank gute Werbefigur für Braun? Keine Ahnung. Weil der so rasiert. Alter. Der fände mich ja echt gut. Ich fand ja auch gut. Ich muss aufpassen, sonst krieg ich ein Kind, wenn ich so weiterlache. Hab ja auch immer das ganze Angst. Alter, Mann. Oh, Leute. Oh, Mann. Der war echt nicht schlecht. Ich fand den so gut, ne? Ja, auf geht's. Ich komme immer noch nicht auf den Braun, wird's klar. Junge. Mann, das war aus dem Schuss auch noch. So, weiter geht's. Egal wie gut der Tennis spielt. Boris bleibt Becker. Oh, Gott. Ich bin auch untergefallen. Passt auf, Moritz, mal jetzt. Spaß beiseite. Ernst kommt die Treppe runter, also mach ihm bitte Platz. Oh, Mann, das ist so zu... Ach, das bist du. Du bist runtergefallen? Ja, nochmal. Alter. Warte, soll ich nochmal einen Joke rausdauen? Ja, mach mal. Ich bin runtergefallen. Lumpy hat Skill in Minecraft. Halt die Schnauze. Bin down. Lumpy. Jetzt muss die Legende das wieder regeln. Ja, boos der ist im Weg. Oh mein Gott. Lumpy, geh geh geh. Egal. Das ist deine Hoffnung, wir nehmen nochmal eine neue Runde. Wir nehmen dabei eine neue Runde. Ja, weiter. So, Jungs, nach der Peilenrunde muss ich noch zwei Jokes raushauen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Mini und einer Karotte? Die Karotte ist kein Lauch. Da fühlt sich einer getriggert. Eins, zwei, joh. Muss immer raushauen. Wie nennt man einen vegetarischen Gott? Keine Ahnung. Kräuter Buddha. Kräuter Buddha. Was ist mit den Leuten los? Puh. Kriegst du nicht hin, aber es hat wenigstens einen guten Zweck, dass ich runter von der Runde einen guten Zweck. Wie gesagt, bei der halt den Like-Button, wenn euch das noch mal gefällt. Und haut neue Witze rein. Wir brauchen halt echt mehr Witze, ey. So oft wie Moritz in diesem Format runterfällt, ey. Wir brauchen mehr Witze. Fand ich das nicht witzig. Wenn du uns aufhörst, ist ja allgemein schon witzig. Weil du ne Witziger bist. Alles klar, Digga. Oh, Digga. Wir gönn dir. Double Storm. Soll ich vorgehen? Ja, geh mal vor. Hast du gut gemacht, Digga. Nice, wir sind bald gestorben. Danke, dass wir das so gemacht haben. Wollen wir's erzählen? Nochmal, Digga. Wie macht der Zug? Noob, noob. Wofür da hin? Nach Island. Wegen Is, Jungs. Wie macht die Schlange in Minecraft? Ziiiitz. Da ist er von uns. Scheiße, ich bin schon wieder runtergefahren. Egal, die Runde nehmen wir. Die Runde nehmen wir aber, oder? Sicher. Wir hauen noch mal raus. Warte, 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 ich zuerst. Ähm. Was unterrichtet man an einer Minecraft-Schule? Deutsch, Gegner beleidigen, Informatik, Maus abusen, Sport, Moonwalken, Mathe, Vierecke? Hab ich auch nicht verstanden, letztes Mal. Häh? Warum Vierecke? Vierecke, da muss ich ein bisschen... Ach, wegen Blöcken. Ah, okay. Und ein noch. War gut. Warum nimmt Steve eine Leiter mit in den Supermarkt? Weil die Preise steigen. Warte, da geht's auch noch einen raus, okay? Okay, mach, 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 mach. Wieso sollte niemals ein Creeper... Wieso sollte niemals ein Creeper niemals bei denen arbeiten? Keine Ahnung. Wieso kann die Preise hochgehen? Und einfach noch zum Abschluss. Wieso kann Mini-Meet-Checker kein Maus abuse? Weil er nur Tiere streichelt und nicht abuse. Damit würde ich sagen, Leute. Ballert den Like-Button, haut rein, bleibt lupig, ciao.